Wir freuen uns, dass ihr recht zu uns gefunden habt, wie viele Kinder mitgebracht habt. Natürlich auch die Kinder, die schon im Tier nicht spät haben. Wir freuen uns sehr auf deine neue Ausstabe. Und deswegen wollen wir dir heute mal ein bisschen Trainingmaterial überreichen. Und zwar brauchen wir neue Bälle für die Credits. Und wir wünschen euch viel Erfolg für die neue Saison und dass ihr alle gesund bleibt. Das war noch nicht alles, Freunde. Nach eurem ersten gemeinsamen Ausdruck für SV Bielen möchten wir euch auf den Männerbereich gern einladen. Fahrt zum McDonalds, essen Eis, trinken Milkshake, was auch immer. Ich überreiche das jetzt eurem Trainer und habt ganz viel Spaß bei uns. Ja und zum Abschluss möchten wir euch natürlich herzlich einladen, bei jedem Heimspiel der ersten Mannschaft und zweiten Mannschaft des SV Bielen uns zuzuschauen. Dafür bekommt jeder von euch eine Dauerkarte. Da habt ihr mit einer Begleitperson, ob Freund, Freundin oder ein Elternteil, kostenlos einsetzt. Alle Heimspieler. Ich wünsche euch jetzt die Runderkarte. Ich wünsche euch jetzt die Rundheitsabreiter. Alle Heimspieler. Das ist hier nicht so schön. Aber ich wünsche euch die Rundheit und froh, dass wir uns für die Rund behalfieren. Aber ich wünsche euch das so schön und dann mit meiner Ansprechung an uns zu liefern. Wir machen jetzt noch ein Bild dazu. Hier kommt ein schönes Bild. Hier kommt ein schönes Bild.